so hallo wir machen weiter jetzt irgendwie hat es gerade nicht weiß nicht hat es losgelegt wir machen jedenfalls weiter bei den nebenmissionen von hyrule warriors und vielleicht kommen auch heute schon zur hauptmission wieder ich glaube es aber nicht weil es sind doch einige sind noch einige kleine missionen übrig und so klein sind ja auch gar nicht hier zum beispiel ist die zora mission also auf in die zora mission wo willst du das weg hauen und am ende mifa einfach weg 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 hauen ich bleibe bei dem wort hauen alles andere klingt ein bisschen schwierig wir gar nicht gegen mifa kämpfen was soll das wo gegen mifa kämpfen wird echt schwierig so vom wollen her aber gut ist ja nur ein training die waren das rein freundschaftlich alles wie sie hier alles wie sie da ist auch schon aufgeladen und erwarten die erste hauptball auftaucht viel zu gut viel zu strong wo ich bin gar nicht mehr im dings drin muss ja hier drin kämpfen aber es haufen so wenige auf ich komme überhaupt nicht dazu den zu schwächen so richtig effizient also müssen halt mehr auftauchen dass ich den auch schwächen kann den standpunkt hier ja ok das sind ein paar mehr jetzt ja ok das sind ein paar mehr jetzt das dauern kann man drei jahre bis das hier aufgeht was zur hölle ist das denn ich gehe noch schneller na nee dann noch nicht mal die hälfte weg es tut mir leid link bitte hasse mich nicht dafür ja wir trainieren einfach ist doch ok das habe ich doch selber grad schon gedacht mifa so von wegen von wollen er ist es jetzt ein bisschen schwierig gegen dich zu kämpfen dann kommt die selber mit bitte hasse mich nicht ok ja da ist sie schon ich dachte ich muss jetzt alles aufräumen aber da ist sie einfach schon da soll mir recht sein mann mifa kennst du schon kennst du schon die attacke hier oh je die speck mit einem schlag ich konnte dich nicht besiegen aber das ist in ordnung das würde ich meinen tschüss das training ist beendet super training einmal biefer verprügelt so denn weil wir sammeln wieder waffen und stuff ok kommt jetzt eine neue mission nach oder war es das jetzt mit dieser missionsreihe hier nein es kommt eine neue mission nach alles klar was das jetzt für ein training eilige hilfe gar kein training na dann rein geht's so werden wir natürlich nie aufhören mit kleinen missionen wenn ständig welche nachkommen aber was weg ist es weg so los geht's Okay, keine Keine Zeitlimits Einfach nur In die Vorposte reinrennen Und alles ummetzeln, was einem in den Weg kommt Easy Easy going So, jetzt müsst ihr langsam auftauchen Hier Der Haupttyp Oder auch nicht Ach, da ist er ja So, das war Nummer 1 Abflug zu Nummer 2 So, hier ist schon ein bisschen mehr Party Aber auch ist kein großes Drama Moblin ist auch schon da Und tschüss Nice Stufe erhöht, hört man gerne Die ist man gerne Und jetzt geht es hier weiter Äh, ich meine hier weiter Um zum letzten zu kommen Genau auf den Dollarberg nehme ich an Ist das, ne? Jo Einem Schlag hat man einfach schon so viel Schaden gemacht Ist unglaublich Easy Und da hauen sie wieder ab Alle Gut, wir haben den Zora Hauptmännern geholfen So So Okay Neue Mission aufgetaucht, natürlich Rettung aus den Bergen Ah, Leute Es hört dich auf Okay Gehen wir mal zu einer anderen Mission Die ich schon vorhin angekündigt hatte Zeldas Geheimtraining Da kann ich ja wahrscheinlich nur mit Zelda kämpfen Dann sollten wir hier erstmal ihre Stufe erhöhen Mal gucken, wie viel ich mir leisten kann Ich könnte bis 35 hochgehen, aber dann ist das ganze Geld weg Äh Dann soll es halt mal mit Stufe 21 jetzt erstmal kämpfen Und sich nicht so anstellen Ganz einfach Ich meine empfohlen, ein Level ist Stufe 12 Das sollte auch so hinzukriegen sein Na Zelda Alles easy Kriegen wir hin Hau mal rein mit deinen Büchern So, ich muss mal ganz kurz ein Stück trinken Ich muss mal ganz kurz ein Stück trinken So Na komm Okay Go Zelda 300 Gegner Das soll jetzt nicht das große Problem sein Ich muss das mal wieder begreifen, wie ihre Attacken funktionieren Das ist jetzt schon eine Weile her Okay Oh Bitte mir ist Musik Ja 100 sind schon weg Easy Kriegen wir hin Und 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 Ey Nice Mal gucken mal, da drüben ist die Party Hui Bitte recht freundlich Wow Das war wirklich recht freundlich Jetzt Jetzt So So Ich versuche es Ja 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 Hey Ich schaffe das Hey Hey Ah Zelda ist auch schon ein guter Tarant Ja Kann man nix sagen Ich komme Okay Okay Da kommen wir nicht rein Gar nicht mehr So Na Hilfe Wo ist jetzt die Party Hier Sind nur noch so wenige da Was ist das denn Ah Da drüben ist noch eine ganze Horde Haben sie versteckt, die Feiglinge hier Ah Easy Und tschüss Und jetzt Ach da hinten ist ein Mob Dann aufgetaucht Okay Einer ist gut Nun kriegt er selber seine Waffe zum Fressen Guten Appetit Und hiermit Hilf ab Hui Ui Ich sollte helfen Hey Yo Uns gelang der Sieg So sieht's aus Halt Jetzt Dies ist meine Pflicht Recht freundlich Wie sie mit Fotos einfach töten kann Was zur Hölle Hui Okay Okay So Schaltet das was neues Frei oder Blasmos dabei Kommen wir belassen es dabei Wie wir es Neues wird was neues freigeschaltet Immer wenn die Karte rausfährt Dann wird was neues Aber es war nur keine Mission Es war nur so ein Ding Und ich kann es direkt einsetzen Sehr cool Ich darf keine Lässe sein Sehr gut So was ist dann natürlich voll okay Komm dann machen wir auch noch Impass Training Was soll's So Auf geht's Impass auch hoch genug gedevilt Für solche Missionen Es geht schon klar Mit Impass habe ich noch nie glaube ich gespielt Oder Das ist jetzt das erste mal Dass wir so aktiv richtig Impass spielen Die konnte irgendwie diese Diese Kombinationen machen Diese Klon oder was das war Kommen 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 Los geht's So Genau Die hat diese Symbole ZR Ja Und dann kann ich die einsammeln Und dann mache ich irgendwelche Dinge Genau Jetzt habe ich nämlich mehrere solche Impass Irgendwie erstellt Ganz Ganz merkwürdig Jawoll Keine Ahnung was hier alles passiert Aber es läuft Und es ist nur diese kleine Flecke Auf der wir kämpfen die ganze Zeit Na dann Yo Sie ist einfach mal Ein Pass geworden Nein No sick No sick Nein Ich will doch nur Jawoll So Ja 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 Mach euch bereit Ich kümmere mich darum Flop Nun bin ich bereit, macht euch bereit. Ich kümmere mich darum. Ah, ist das nice. Yo. Sick. Wie sie einfach alles wegfetzt. Auch definitiv ein cooler Charakter. Holy shit. Ein richtig cooler Charakter, keine Frage. Zack. Jetzt ist das wieder aufgeladen. Ich glaube, ich muss das auch nochmal einsetzen. Die hat also praktisch 2xA eigentlich, wenn man so will. Jetzt kommen wieder die Focky Fässer. Ja, nice. Ums. Okay. Jetzt kommt noch wahrscheinlich ein Moblin oder so. Einer Quatsch, Moblin kann es ja nicht sein. Ein Hauptmann halt. Aber es ist ja jetzt nicht gerade das Problem. Eine Bombe. Vorsicht, Explosion. Yo. Kommt einfach der Frosch runter. Das hat ja richtig reingeknallt. Das hat ja richtig reingeknallt. Okay. Ist das Ende oder kommt eine neue Mission dazu? Wir werden es gleich wissen, ob die Karte rauszoomt oder nicht. Und die Karte zoomt raus. Neue Mission. Aber keine neue richtige Mission, sondern was zum Freischalten. Nur. Sehr gut. Und wir können es direkt nutzen. Sehr gut. Und her damit. Ich habe es geschafft. Hast du ein paar hast du. Cool. Okay. Dann wäre jetzt immer noch eine kleine Mission. Nämlich. Ne. Irgendwie ist gar keine kleine Mission mehr üblich. Warte ich doch zwei. Hier ist eine. Entschuldigung. Und hier unten ist die mit dem. Oh, die geht noch gar nicht. Stufe 27 braucht man da. Okay. Ach so, Link ist ja 36. Ja, moin. Egal. Okay. Aber ansonsten ist hier nichts weiter. Die zwei Missionen sind. Also habe ich die Wahl zwischen Rettung aus den Gakon gemacht. Das klingt nach was, was schneller geht. Nun ist es Zeit, deine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Ich will Link spielen. Nun ist es Zeit, deine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Ja, ist ja gut. Ist ja gut, Impa. Ist ja gut. Ein letztes Mal heute der Ladebildschirm. Dann verabschiede ich mich. Na komm. Okay, auf geht's. Oha. Rette alle Opfer, bevor sie was. Kann ich nicht lesen, will ich auch nicht. Ach so, bevor sie besiegt werden oder sowas. Ja, kein Problem. Kriegen wir hin. Nummer 1. Nummer 2 ist da drüben. Habe ich gedacht. Hä, bin ich dumm? Ach da. Ups. Ich habe mich ein bisschen verguckt. So. So. Ach komm, wir machen kurz einen Prozess hier. Ich mache das viel zu selten so. Ich mache das viel zu selten. So, das war er. Dann gibt es da oben noch einen. Ja, wahrscheinlich. Oh, ich muss den erst besiegen. Okay. Dann besiegen wir den halt erst. Ist auch okay. Ui. 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 Aua. Ah, was soll's. Nice. Nimm mal drauf auf die Gute. Und tschüss. Ausgezeichnet. So, dann ist hier der Weg offen. Ach, der ist dafür schon befreit. Okay. Das heißt, da muss ich nur hingehen. Und dann jetzt hier hinten noch. Der letzte im Runde. Wie komme ich hier runter? Hä, bin ich dumm? Da. Wow. Karten lesen muss man halt können, ne? Ich habe halt nur noch zwei Minuten. So viel Zeit ist das jetzt auch nicht mehr. Aber ich glaube, da kommt jetzt nicht mehr viel Schlimmes. Ja, halt ein Eis-Mobchen kommt noch. Wow. Da war der Glasirok gerade schon das größte Übel. So, sehr schön. Nice. So muss das. Mission erfüllt. Easy. Viermal jeweils eingerettet. Yay. Cool. Okay, das war das. Selbst wenn jetzt eine neue Mission kommt, nächstes Mal machen wir Hauptmission. Ich glaube, das hört es uns nie so schnell auf. Ah, es kommt keine neue Mission. Okay. Das heißt, es ist nur noch die kleine Mission hier unten. Als kleine Mission. Vielleicht ist dann ja mal langsam Schluss. Könnte ja sein. Könnte ja sein. Aber die mache ich jetzt nicht mehr. Ich bin zu müde. Ich bin legit zu müde. Ja, aber das ist die einzige kleine Mission auch. Okay. Dann gibt es die beim nächsten Mal zusammen mit der nächsten Hauptmission. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Tschüss.